Ja, hallo, schönen Abend aus dem immer noch knallheißen Wien, da ist es im Keller doch angenehmer. Ja, jetzt bin ich da mal wieder für ein paar Wochen in Deutschland, das heißt, auch gute Gelegenheit, am Abend vorher nochmal einen grünen Weltliner zu probieren. Obwohl ich letztens gesehen habe, es wird mittlerweile sogar teilweise in Franken angebaut, da habe ich die ersten grünen Weltliner gesehen. Ist also die Rebsorte, die momentan sehr stark in Mode gekommen ist. Jetzt nicht nur, dass man in den Großstädten in Deutschland viel grünen Weltliner auf einmal trinkt, auch in den USA wird er langsam in Neuseeland wird grüner Weltliner angebaut. Bin gespannt, wann da die ersten kommen. Wir sind heute, oder heute bin ich ja allein, also ich bin heute eher mal ganz klassisch, Kamptal. Kamptal sagt Österreich-Experten natürlich sofort eins, Kamptal kommt Bründelmeier her. Jetzt, da ist aber nicht nur Bründelmeier allein. Es gibt da auch ein oder mehrere sehr interessante andere Weingüter. Eins davon ist das Weingut Jurczyk. Seit 2008 hat es da einen Generationswechsel gegeben. Alvin und Stefanie Jurczyk haben übernommen. Und da sind gleich einige Grundsatzentscheidungen gefallen. Man hat umgestellt auf biologisch. Ich glaube, das wird immer noch unterschätzt. Es wird immer gesagt, ja, macht keinen großen Unterschied und so weiter. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr so. Und man verwendet als Dünger normalen Kuhmist. Und es gibt auch solche Dinge wie Bodenbegrünung, spielt eine ganz große Rolle. Man setzt bewusst rein auch andere Pflanzen, also Weinbergspfirsich. Ich habe auch mal gehört, Weinbergsknoblauch. Habe ich aber noch nicht gegessen. Und man hat sich damals entschieden, auch die Flächen zu verkleinern. Einfach um hier dem Boden mehr Aufmerksamkeit und dem Wein mehr Aufmerksamkeit geben zu können. Ist trotzdem immer noch kein Mini-Weingut. Hat 62 Hektar. Ich meine, das wäre in Franken eigentlich schon ein ziemlich großer Betrieb. Ich habe jetzt ausgesucht für heute. Ich habe den noch nicht probiert. 2012er Läuserberg. Grüner Welt Lina. Kamptal Reserve. War ein guter Jurchitsch. Jetzt zum Läuserberg. Ja, Läuserberg. Das ist also die letzte westliche Erhebung Richtung Waldviertel. Jetzt, wer schon mal in Österreich war und das Waldviertel kennt, das Waldviertel ist arschkalt. Ja, das heißt, da geht es auch recht windig zu. Ist alles Richtung tschechische Grenze. Und das Interessante ist, wenn man sich aber den Läuserberg anschaut, da hat man also Terrassen anbauweise. Und eigentlich schon fast mediterranes Klima. Ja, es ist relativ heiß. Es kommen aber diese kalten Winde. Es gibt diesen Austausch. Ist für die Bildung von Geschmacksstoffen sehr wichtig. Und ja, also ich würde sagen, einfach mal die Nase reinhalten. Also die Reserve, man muss dazu sagen, die ist im Oktober, ich glaube Oktober 2012 per Hand gelesen worden. Und hat dann die Maischestandzeit. Bei dem Wein waren 6 bis 8 Stunden. Das ist also eigentlich schon sehr enorm. Es gibt keine künstlichen Hefe oder Aromahefen, sondern es sind alles traubeneigene Hefen. Die Vergehrung wird auch im großen Holzfass gemacht. Der Wein bleibt ja noch mehrere Wochen. Wird auf der Feinhefe gelagert. Und der hier ist jetzt, glaube ich, im August 2013 erst auf die Flasche gekommen. Und ich muss sagen, der Wein ist ein Hammer. Also jetzt Jahrgang 2012. Das Reifepotenzial wird angegeben vom Winzer bis 2022. Und das sind nicht nur diese typischen gelben Früchte beim Weltliner. Da kommt unheimlich viel Exotik dazu. Und er ist auch mineralisch. Sehr mineralisch. Und gleichzeitig fruchtig. Also eine Bombe. Läuft darunter wie Öl. Ja. Wahnsinn. Ganz weich. Ist nicht kantig oder sowieso. Richtig schön eingebundene Säure. Das schmeckt auch im Hadi. Also ist für mich ein ganz großartiger Wein jetzt schon. Ist bestimmt in zwei Jahren noch besser. Aber er ist jetzt schon sehr cremig. Da ist auch Cremigkeit da. Und dieser Geschmack verändert sich stetig. Es kommt auch Apfel dazu. Es ist Weinbergspürsig drin. Bisschen Quitte glaube ich. Toll. Also. Das ist jetzt mal wirklich ganz großes Kino aus Österreich. Kostet irgendwas. So zwischen 17 und 20 glaube ich. Je nach Händler. Bepunktelung. Das ist ein Wein. 44. 44 hat er auf jeden Fall. Es tut mir leid. Der hat 45. Ja. Der spielt in der obersten Liga mit. Von mir persönlich ganz dicke Empfehlung. Jocic. Ja. Also. Gehört. Bisher mit zum Besten. Was ich in Österreich probiert habe. Das wollte ich euch sowieso fragen. Wie euch eigentlich die. Ja. Die Proben mit österreichischen Weinen gefallen. Ich meine. Für mich bietet sich das an. Weil ich hier lebe. Und ich auch finde. Man sollte den Wein. Aus der Region trinken. Wo man lebt. Wie steht ihr zu österreichischen Weinen. Soll man da mehr machen. Soll die Richtung wieder. Mehr Richtung Franken gehen. Wollt ihr auch mehr Exoten dabei haben. Also ich muss sagen. Ich trinke das alles gern. Aber jetzt was österreichische Weine betrifft. Hat halt seinen Vorteil wenn man vor Ort ist. Ich versuche dann trotzdem immer die rauszusuchen. Die er auch problemlos in Deutschland bekommt. Beziehungsweise in anderen Ländern. Das sind überwiegend Weingüter. Die auch sehr viel exportieren. Und ich versuche dann eben auch mal welche rauszusuchen. Die nicht so die riesigen Massen produzieren. Also der Namensvetter vom Hans Moser und so. Den kriegt man in Deutschland glaube ich auch überall. Aber wie gesagt. Bei den anderen sind halt auch Entdeckungen dabei. Für mich war der Wein heute eine absolute Entdeckung. Einen Schluck getrunken und ja. Jetzt kommt da wieder eine andere Fruchtnote durch. Ich kann es noch nicht einschätzen. Es ist ein bisschen was Säure betontes. Ich werde noch ein, zwei Gläschen trinken. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Servus. Baba.